No Hallo Leute, was geht? Ich Mark Zucker, ich bin Spizarro. Die letzten paar Tage kamen kein Video. Es ist schon ziemlich spät, ich werde mich beeilen, wir loggern in... Huuui... Aston Villa, 8. Spieltag. Wie haben wir gespielt? Nicht gut. Ich bin sehr, sehr schön. Wir sind 10. Gut. Was ist so im Training passiert? Warum beeile ich mich? Weil ich einfach nicht früher dazugekommen bin, die letzten Tage gar nicht dazugekommen bin. Was mir eigentlich nicht so gefällt. Ich bin eh ein bisschen von mir selber enttäuscht, dass ich das jetzt nicht so habe. Aber ihr müsst ein bisschen nett zu mir sein. Ich gebe jetzt eh wieder Gas. Keine Sorge. Das wird schon. Denn der heutige Part wird ziemlich kurz. Das heißt, da werdet ihr nicht viel mitbekommen, wie ihr seht. 12 Millionen. Gibt es irgendwas interessantes? Hm. Van Ginkel. Oder hier, hier, hier. De Marcos. Oder hier, hier, hier. Ja, ich muss mich jetzt bejalen und ziemlich schnell sehen in der Entscheidung. Und ich kann mich aber nicht so ganz entscheiden. Was brauche ich denn? Eher Verteidigung oder offensives Mittelfeld. Wir haben hier Mkhitaryan. Wir haben hier Brighton und wir haben hier ihn hier. Und ein Sockbier. Und hier haben wir 85, 87, 80. Ach, da holen wir uns doch noch einen Verteidiger kurz dazu. Ja, ich bin voll in Kauflaune in der Gachen. So. 7 Millionen. Das ist gar nicht so schlimm. Yay. Ab... Ja, ich habe klar, der Kalas erworben. Kalas ist jetzt unser Superstar. Und Freunde, bitte seid nicht böse, dass dieser Part jetzt nicht so perfekt ist. Aber ich, wie schon gesagt, ich bin ziemlich unter Stress auch. Und es tut mir echt leid, dass die letzten Tage so gar nichts gekommen ist. Ähm... Wird nicht mehr so vorkommen. Das kann ich, ähm, versprechen. Da... Da werde ich aufpassen. Morgen wieder alles... Naja. Morgen geht gar nichts. Denn morgen bin ich ja, äh, lange in der Schule. Das heißt so viel wie, ähm... Ja, wir werden uns erst wieder Freitag sehen. Morgen kann ich nur einen kurzen, äh, Status auf YouTube machen, ähm, was sich so getan hat, wie wir gespielt haben und so weiter und so fort. Ihr seht, der Part ist eigentlich schon wieder für mich zu Ende. Und das Ganze nur, weil ich den für euch heute noch raushaben will. Das heißt, das ist wirklich nur ein sehr, sehr kurzer, äh, kurzer, äh, Statusupdate, was so passiert ist, als... Ja, Entschuldigung, klingt nicht ganz so gut, aber eben auch als Entschuldigung, das, ähm, tut mir leider wirklich leid, dass die letzten zwei oder drei Tage nichts gekommen ist. Das wird mir nicht mehr passieren. Ich werde mir jetzt diesen Sendeplan endlich wieder rausschreiben. Ich werde einen hochladen für euch. Ich werde das ein bisschen erklären. Ich werde das so wieder mit einer kleinen PowerPoint-Präsentation oder so machen. Da werden wir gleich ein bisschen über das nächste Projekt reden, eventuell, über, äh, wie wir das jetzt alles machen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im Video. Tschüss. Bussi, Baba, Freunde, und es tut mir echt leid, dass der Part nicht so Pro-like ist. Wirklich, 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 wirklich. Wirklich,abolic, 끄oge ich Also, wir haben öffentlich,queroul.com, klick, 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 klick.